Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, ey, ist hier das Alpha-Tier Was war das denn jetzt? Egal, herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas Da sind jetzt keine Ahnung am Start, genauso wie Ende keine Runde Let's Play 100 Abo Special Ich bedanke mich wirklich riesig Für eure Unterstützung, für die 100 Abo Ich bin total happy darüber Und Ihr kennt jetzt meinen Spielstil Ihr kennt jetzt meinen Na gut, meine neue Aufnahmeort Kennt ich noch nicht so ganz Aber ihr kennt meinen Spielstil Ihr kennt meinen Grund, warum ich diesen Kanal Small Feather Game genannt habe Aber ihr kennt noch eine Sache nicht Und zwar, mich kennt ihr noch nicht richtig Und deswegen wollte ich euch heute etwas über mich ein bisschen erzählen Darunter ist eine Falschaussage Die ihr finden sollt Am Ende gibt es nämlich etwas zu gewinnen Wenn ihr mir die richtige Antwort in die Kommentare schroten könnt Daher belassen wir es jetzt dabei mit diesem ganzen Gelaber Und wir fangen an mit Fakt Nummero Uno Ich bin sage und stolze 1,64 groß Jedenfalls, wo ich mich das letzte Mal gemessen habe Ich gehe auf die 30 zu Ich bin 23 Ja, ich weiß, ich bin alt Ich lache bei der Zahl 69 Seit über 6 Jahren höre ich immer wieder ein und dasselbe Lied Immer und immer und immer wieder gerne Und das ist von Wolfsheim Oh, Wolfsheim, jetzt habe ich den Namen vergessen Von Wolfsheim Kein Weg zurück Zwar bin ich Fans von einigen Künstlern Von Musikgruppen oder sonst irgendwas Aber ich bin nie wirklich so extrem dabei Dass ich wirklich alles sogar ihre Unterwäschegröße kenne Ich weiß nicht Ich kenne denen irgendwo immer ihre Privatsphäre Ich kenne deren Lieder Ich weiß, wie die Band heißt Ich weiß, wie die meisten Lieder von denen heißen Oder wie die Bilder oder sonst irgendwas heißen Aber es ist nie, dass ich sie in- und auswendig lernen will Weil es für mich irgendwo an Privatsphäre gänzt Das genau das gleiche Problem ist Ist, dass ich zwar immer vieles kann Aber nichts sehr gut Das ist doof In drei Geometriearbeiten habe ich dreimal eine Eins geschrieben Dafür lief es in der Abschlussenglischarbeit leider nicht ganz so gut Ich habe da gerade so eine 4 Minus bekommen Weil ich meinen Namen richtig geschrieben habe Im Übrigen, mein Name kommt aus dem Englischen Aber den werdet ihr nicht erfahren Durch diese Englischarbeit könnt ihr euch natürlich schon vorstellen Dass ich in der Realschule leider nicht ganz so gut war Mit einer 3,7 bin ich dort rausgerannt Dafür habe ich natürlich in der Berufsschule wesentlich besser abgeschnitten 2,4 der Durchschnitt Oh yeah, Berufsschule rocked Ich und Elektronik Wir verstehen uns überhaupt nicht in Schlangen Die ganze Zeit das Problem ist, ich verliere jedes Mal Ich bin ein Naruto-Fan Ah, das kommt mir wieder an Ich bin spürt 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 Pfff 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 Das schmeckt das wohl schlechter irgendwie Pfff 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 Das war das merkwürdiges Geräusch, was ich jemals rausgelassen habe. Zur Zeit bin ich ja wieder am Arbeiten, aber davor war ich ein Jahr lang arbeitslos. Als mich jemand fragen würde, ob es sich gelohnt hat, sich kündigen zu lassen von der letzten Arbeitsstelle, würde ich immer noch sagen, ja. Aus dem einfachen Grund, man wird dankbarer, was ich schon mal im Video erwähnt habe, man wird dankbarer und man weiß mehr zu schätzen. Seit Jahren erinnere ich mich an dieser Fleischwurst hier. Ich habe ja fast viel zu viel. Ich habe, und das ist jetzt mal was vollkommen Neues, was ihr noch nicht wusstet, zwei Katzen, Chico und Papai. Ich habe immer noch zwei Sternzeichen, was wohl an Fakt 18 liegen könnte. Ich hatte bisher nur eine Freundin. Ich kann meinen großen linken Zeh nicht mitbiegen, ohne meinen mittleren Zeh mitzubiegen. Und meinen rechten Zeh kann ich überhaupt nicht biegen. Ich bin Veganer. Hättet ihr nicht gedacht, ja? Tja, mein Lieblings-Pokémon ist nicht Pikachu, sondern ein badass motherfucker of history. Mewtwo. Obwohl ich sagen muss, dass Xerox auch eine verdammt geile Sau ist. Man hat so lehrt. Wieso? Im Übrigen war Pokémon auch mein erstes richtiges Spiel, was ich gedanklich wirklich richtig mitbekommen habe und zum ersten Mal richtig durchgesuchtet habe. Ich habe auch mal das Geile bei der Silbernen, den ersten Hund geraten. Das erste Punkt, wo es kam, war ein shiny Huthut. Und jetzt überlegt mal, was ich nicht hatte zu diesem Zeitpunkt. Scheißdrecks. Das ist so eine Scheißdrecks. Ich habe als kleines Kind so viel Milch gesoffen, dass ich mir nie was gebrochen hatte. Meine Knochen waren so mega fett und dick und hart und hast du nicht gesehen. Das war ja auch ziemlich große Muskelschränke, äh Oberschenkel, weil ich ziemlich viel Fahrrad weggefahren bin, weil ich mal zur Schule radeln musste. Weil meine Mutter halt nie gefahren hat. Weil meine Mutter und meine Schwester zu mal gefahren. Ich bin schon eine harte Sau gewesen damals. Und zum letzten Fakt, was ihr wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen mitbekommen habt, ich bin, wieso gehe ich immer weiter zurück? Ich bin seit meinem zweiten Ausbildungsjahr, was jetzt schon sechs Jahre her sein müsste, wenn ich jetzt auf die Schnelle jetzt so, boah, fünf Jahre, keine Ahnung, muss ich mir nochmal nachrechnen, äh, bin ich schon fünfmal umgezogen. Fünfmal! Deswegen zeige ich beide Hände voll! Zieht euch das mal rein, wie ernst mir diese Zahl ist. Du scheiß, das was sind die jetzt gerade. Schon wieder dieser komische Typ. Hat der euch irgendwas komisches erzählt? Ich hoffe nicht. Naja, wenn euch das Video bis dato gefallen hat, gebt ein Däumchen nach Höhe. Und nein, das machen wir gar nicht. Macht, was ihr lustig seid, gebt mir Daumen runter, wenn es sein muss. Ist mir auch egal, schrottet alles in die Kommentare. Ja, das ist mir immer auch am wichtigsten, mit euch zusammen etwas zu erleben. Ich hoffe, dass ich jetzt, wo ich die 100 habe, endlich eine Community zusammenkriege, die auch mit aktiv bei den Videos mitmacht. Wenn euch die Let's Plays, die ich mache, nicht gefallen, sprich, ich mache von einem Spiel, was ihr sagt, boah, das wollen wir echt nicht sehen, Skyline, macht doch bitte was anderes. So sagt es mir, ich werde versuchen, das umzusetzen, euch in den Kanal Spaß haben zu lassen, denn ich will ja mit euch gemeinsam die Welt der Spiele entdecken, mit euch gemeinsam Spaß haben und der Welt zeigen, dass Videospiele mehr als nur böse Rungeballer sind. Das könnt ihr auch bei mir im Kanal-Info lesen. Was heißt Kanal-Info? Kanal-Info lesen. Das ist mir einfach wichtig und ich hoffe, dass ich euch dazu jetzt langsam motivieren kann, ein bisschen aktiver mal auf meinen Kanälen mit dabei zu sein. Gebt mir Hinweise, gebt mir Tipps. Ich versuche alles, was mir in dem Moment möglich ist, umzusetzen, dass wir gemeinsam viel, viel, viel erleben werden. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Gewinnspiel. Ihr solltet ja in die Kommentare jetzt schroten, was wirklich jetzt von diesen ganzen Informationen war. War, 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 war. Ja, äh, und, ja, der Gewinner, äh, bekommt mit freundlicher Unterstützung von Dissenta Nitron, äh, bekommt er ein kleines Geschenkchen, und zwar, äh, eine Rückseite. Gasschenbäder. Nein, und zwar die, äh, von der Collector Edition von, äh, Driver San Francisco. Hier sehen wir es. Äh, das wunderschöne Sammlerauto. Er wollte es nicht mehr haben, hat mich gefragt, ob ich das haben will. Hab ich gesagt, wenn du nichts dagegen hast, wenn ich das verlose, hat er gesagt, ne? Darfst du verlosen, und, ähm, das hier ist es jetzt, meine Damen und Herren. Ein erneutes Gewinnspiel, das andere Gewinnspiel ist hier bei mir abgelaufen, und es hat keiner was eingesendet, danke dafür. Äh, Ironie ist cool. Und, äh, jetzt habe ich dieses wunderschöne, wunderschöne Auto Collector's Edition. Das Spiel ist nicht mit dabei, das wollt ihr gerne selber behalten. Ähm, das gibt es jetzt zu gewinnen für euch. Schroll in den Kommentaren, was von den 25 Fakten nicht wahr sein könnte, und der Gewinner, äh, den ich dann auslose, bekommt, äh, ein wunderschönes Autorchen. Ähm, Freunde, Bekannte sind in dem Sinne ausgeschlossen, wie immer. Das will ich nur mal gerade, äh, anmerken. Äh, es geht für euch Abonnenten da draußen und für euch andere Zuschauer. Ihr müsst nie unbedingt ein Abonnent sein, ihr könnt auch einfach ein Zuschauer sein, das ist mir egal, es ist mir nicht wichtig. Wie gesagt, auch die normalen Zuschauer können Spaß an meinen Videos haben, ohne mich abonnieren zu müssen. Das ist mir wirklich vollkommen egal. Und ich hoffe, das merkt man auch in einer Art und Weise, ähm, wenn ich einfach persönlich anschreiben und ich wiederhole mich gerade. Ich bin einfach noch ziemlich himmelig und aufgeregt, die 100 endlich erreicht zu haben, auch wenn es, äh, nicht viel scheint. Für mich ist das wirklich, äh, extrem viel. Wenn man jetzt bedenkt, dass ich jetzt seit knapp zwei Jahren dabei bin und jetzt die 100 Abonnenten geknackt habe. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine 100 mehr, sondern wieder nur 998, weil auch wenn mich wieder die abonniert hat. Aber zu diesem Zeitpunkt, ich habe ein Screenshot auf der Facebook-Seite von mir und da ist 100 stehen. Äh, und der Kuro kann es auch beweisen, der jetzt gerade im Hinterzimmer ist und wahrscheinlich das Ganze gelabert. Mit anhören muss man hier gelabert. Ja, drauf gelaufen. Gut, ja. Wie gesagt, schuldigen die Kommentare. Ja, das Gewinnspiel geht bis zum, ähm, bis zum, äh, ersten zehnten. Und, äh, ja, bis zum ersten zehnten. Was soll ich noch großartig sagen? Okay, ich bedanke mich fürs Mit... Ähm, 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 ähm. Ich bedanke mich fürs Mitfiebern für all die Spiele, die ihr euch jetzt miteinander geguckt habt. Und nochmal als Information, für euch nebenbei, es geht mit allem weiter, Let's Play Randomness ist wirklich immer noch Witz am Start, ich habe nur nicht wirklich die Möglichkeit, das aufzunehmen, wenn mein Computer zu nahemarschiert ist, aber das wird demnächst geändert, das wird komplett alles umgebaut, umgemacht und dann werde ich auch Let's Play Randomness aufnehmen können. Viva Pinata ist bis jetzt eine sehr lange Pause gewesen von diesem einen Monat, weil ich wirklich keine große Lust mehr habe, das zu machen, vielleicht lasse ich mich umstellen, wenn ihr was dazu sagt, ihr könnt ja mal reingucken, Let's Play oder Let's Build Viva Pinata, schaut mal rein, da könnt ihr sogar richtig aktiv mitmachen, indem ihr den Pinatas Namen gebt und alles drum und dran, mit den Gartengestallen und sowas, das ist alles für mich gar kein Problem, das mache ich alles mit euch gerne mit. Ansonsten, ja, ich würde auch was sagen, aber ich bin gerade so richtig happy und sowas, ich bedanke mich wirklich herzlich fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online, ansonsten wäre es geil, tschau'sen. Und noch eine kleine Nachinformation und zwar habe ich noch etwas dazu bekommen, was ich an, ähm, äh... Wir rollen einfach mal das eine aus, was wir sowieso behalten. Das eine aus, was wir sowieso behalten, er hat ein... der Kuro ist heute Bombe drauf. Ich schmeiß doch einfach rüber. Ich schmeiß rüber und zwar habe ich noch was heute bekommen, einen Tag später, wo ich das Video schon fertig habe, muss jetzt einmal komplett neu, mach das Gummiband doch einfach ab, mach's nicht kaputt, Junge. Das ist für meine wunderschönen Zuschauer hier. Ich muss aufwenden, jetzt mal in die Kamera reinzugucken, ich muss in den Bildschirm, nicht in die Kamera, ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, ja, wir warten. Und wir warten? Und wir warten. Meine Katze miauen, weil ich gerade erst nach Hause gekommen bin und ich bin jetzt schon wieder voll in Stress und am Aufnehmen und am Machen und am Tun. Und zwar gibt es einmal wunderschön für den, also für den erstplatzierten, das wisst ihr ja, das schöne Auto, für den zweit, drittplatzierten, äh, gibt es, äh, Katzen, 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 Katzen weg. Okay, äh, gibt es, äh, äh, wunderschön einmal, äh, das äh, neu erschienene Destiny-Poster. Toi-ah, ja, mit PlayStation 4, ist ja egal. Gibt es ein wunderschönes Poster? Habe ich eine ganze Rolle von bekommen Wie man hier sieht, mehrere Stücke Einen behalten wir Je nachdem wie ihr lustig seid Und ich euch anschreibe und sage Hier, du hast das Poster gewonnen Wenn ihr sagt, ihr möchtet das gerne, unterschreiben wir mal Unterschreibe ich das auch Ich als großer YouTuber Ich bin der berühmteste Ich bin der berühmteste, ich hab 100 Abonnent Wahrscheinlich jetzt Ich hab noch gar nicht geguckt heute Ich muss mal rausvisieren Ich hab wahrscheinlich noch 99 oder sowas Aber zu dem Zeitpunkt habt ich 100 Habe ich euch da schon erklärt Egal, ich rede wieder viel zu lange Und ja, das gibt zu gewinnen für den Zweiten, drittplatzierten und wahrscheinlich auch viertplatzierten Ich hab jetzt keine Ahnung wie viele Poster ich mitgenommen habe Gibt es dann halt das Destiny Als Entschädigung Und für Ja, den Gewinner, das Auto Ich werde mich für zusehen und dann Fünf hab ich mitgenommen Es gibt fünf noch weitere zusätzliche Gewinner Obwohl, ich könnte ja auch den Einhundertsten Abonnenten anschreiben Und sagen, ey, hier Als Dankeschön aus deinem 100. Winst Gebe ich dir ein Poster mit Das überleg ich mir vielleicht Das weiß ich jetzt noch nicht so genau Ihr werdet das dann sehen In einem Video werde ich dann verlosen Falls überhaupt jemand unter diesem Video hier was schreiben wird Ich weiß es ja nicht Ansonsten, ja, tschüssi Ja 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 Ja